Was für ein Tier verschafft sich ihr Raum und steht vor mir, dem alten Baum? Ah, jetzt weiß ich wieder, wer ihr seid. Ihr habt kurze Leben und verursacht viel Leid. Auf Schritt und Tritt folgt euch der Tod. Und was ihr hinterlasst, sind Chaos und Not. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Er reimt? Das ist ein reimender Baum. Hm, was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefangenen bitten? Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Doch der meine Eiche geraubt. Ich glaubte es kaum. Alles, was ich habe, ist allein meine Sache. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Geht nach Osten und such diesen Mann. Du das, was ich leider nicht kann. Wir sind nicht allein. Ganz und gar nicht. Ja. Aaaaaah! Verstehe. Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Das war's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017